Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Walking Dead. Ich habe das letzte Mal aufgehört, als wir uns auf die Suche nach den Pillen von Larry begeben sollen. Wir sind im Drugstore und müssen versuchen, Larrys Pillen zu finden. Aber, guck mal hier, sowas nehmen wir, kommt mal mit. Ich möchte mich vorher doch mal noch ein klein wenig umschauen. Was hier noch zu finden ist, man muss denn die arme kleine Clementine immer noch auf Toilette, weil das wäre ziemlich blöde, wenn das arme Kind immer noch muss. Deswegen will ich mal ganz kurz hören. Ich habe doch eben den Riegel gefunden. Sollten wir uns kennenlernen? So, ähm... Ey, was für eine Süße. Jetzt mal ernsthaft, die ist ja total niedlich. Ich habe nur noch nicht so ganz rausgefunden, wann ich hier solche Sachen geben kann. Also ob ich wirklich hier, sieht man es natürlich nicht, aber ich komme nicht drauf, die Riegel auswählen kann oder ob das beispielsweise nur direkt im Gespräch mit jemandem geht. Dann laufen wir noch einmal hier so dumm durch die Gegend und freuen uns. Nö, mit denen möchte ich nicht reden. Lilly und Larry. Auf jeden Fall der Fall, dass ihr es vergessen habt. Habe ich mir ausnahmsweise mal gemerkt. Okay, Ort wurde nicht geplündert. Schon mal gut, oder? Laufen wir noch einmal hier rum. Oh, hey Leute, ich habe mir... Ich habe da so drauf. Ich habe mir vorhin sowas von die Zunge verbrannt. Ein Kaffee. Das ruht jetzt ganz schön weh. Hä? Achso. Okay, gut gerafft. Zeitung. Wir lesen noch mal ein bisschen Zeitung. Au. Vielleicht können wir ja Carly ein wenig helfen. Die Bilder zeigen. Das hätte sie sicherlich immer schon getestet. Daran wird es nicht liegen. Wir drehen das ganze Ding noch einmal um. Ich sage, die Batterien sind es. Natürlich. Ähm, ach guck mal, jetzt konnte ich da eben den Riegel auswählen. Geh ich weg mal zu Clementine und gebt ihr was? Telefonnummer. Eben mit dem Jungen Mann, wer bist du? Ja, na klar, komm. Wulsch. Boah, echt, mir tut die Zunge total weh, wenn du sprichst. Es schon war heute Nachmittag, dass ich mich verbrannt habe. Wieso, nicht immer zu voll, denn ich muss und gierig bin. Wer war schuld? Nee. Och, immer. Lecker. Ist auch scheiße, oder? Wenn nur Teile von dir wiederkommen. Also ich mein, wenn die dich nur beißen und du verwandelst dich dann so in einen Zombie, mag ja, ist natürlich auch scheiße, ne? Aber mag ja noch gehen, aber guck mal, manche, wie die angefressen sind. Und dann kommst du vielleicht nur wieder mit so, äh, keine Ahnung, Brustkorb und Kopf. Wie doof ist das denn? Ein Stein, ein Plakat. Machen wir jemals mit dem Stein. Nein, selbstverständlich nicht, denn abends viel zu kurz dafür. Sollst du doch drankommen. Es ist ein Kombination, Marc. Und das ist ein Heast-Vortification-Job da. Ja, es funktioniert nicht. Schau mal denjenigen, da oben da oben. Better him or not, so. Na, dann kennt ihn auf jeden Fall. Was hat er erzählt? Seine Eltern und seinem Bruder, ne? Ich sehe, was ich finden kann. Ach, naja, muss ich gerade sagen. Für einen Vater sieht er mir ein bisschen jung aus. Also, sein Bruder, das ist auch scheiße. Er möchte denn seinen Bruder oder Schwester? In dem Fall endlich Bruder. So vorfinden. Das wünscht mir ja dann doch keinem, ne? Too bad, we don't have a way to come out here and watch the news. Would be nice to know what's going on elsewhere. Atlanta's in rough shape, that's all I know. Sie gestehen hatten wir schon, eben das haben wir zu zeigen. Das haben wir, das haben wir uns nicht angeguckt, aber... Hey, man, what are you doing? We can't even think about going out there, unless the keys are out there, for sure. We can't even think about going out here and then we can try to clear the street to search him for the keys. Yeah, probably easier said than done. Hier, komm, wir gehen wieder rein. Dann weiß ich das halt mal, ne? Ob's der da gearbeitet hat. Also, wenn der da gearbeitet hat, ist das sicherlich, ähm... Der Truckstore von seinen Eltern... Obwohl, hat der sowieso platziert, dass seine Eltern Truckstore besitzen? Äh, fast war ich noch auf der Suche einer Batterien nebenher, ne? Boah, es tut mir echt leid, ich... Das ist so, mit der Steuerung... ...stelle ich mich echt saublöde an. Was gibt's hier Schönes? Mensch, sowas nicht gibt. Oh, du. Ne, hier ist der Beweis genug. Oder nicht schön. Hat es wieder was zu essen oder was haben wir jetzt mitgenommen? Gute Frage. Hier ist nichts drin. Ja. Toll, ob's er kurz sich hin an. Da wissen wir auch nichts davon. Ich bin jetzt auch nicht wirklich ernstig, dass er das nur anguckt. Wir nicht wissen, was durchsteht. Das hätte ich gerne mal noch. Ach ja, ich wollte ja noch zu Clementine gehen und der unten was zu essen geben. Marm Ding, ne? Wo ist er denn hin? Süße kleine Mädel. Warte mal, das nehme ich nochmal mit. Ach, ne Batterie. Siehe da. Sie hat nämlich jetzt mal hier ein bisschen was zu essen verdient. Ja, ich habe schon zwei Batterien. Wo habe ich denn die eine? Ach so, das ist eine Batterie gewesen. Okay. Okay, wir drehen es gleich mal um, weil ich glaube drückst, da habe ich eine Antenne gesehen. Die fahren wir erstmal aus. Pass mal auf. Ich sage jetzt mal, ich unterstelle der Frau, obwohl ich selber eine bin, dass sie die Batterien falsch rum reingelegt hat. Habe ich nicht gesagt. Also nicht, dass es jetzt Frauen passiert. So was sollte es jetzt nicht heißen. Aber war jetzt irgendwie, fand ich, logisch. Ich bin jetzt selber eine Frau, mir passiert das nicht. Das ist schon vielleicht manchmal. Oh ja, wir haben jetzt hier nicht vor, ewig weit weg zu gehen. Und hier konnte ich vorhin noch... Hätte ich jetzt eigentlich was gefunden, was das Beweis, dass ich da arbeite? Ach, Quatsch, ich, dass der... Ähm... Alive-Zeit-Überlebende? Ich bin nicht ganz so sicher. Also, dass... ...der Bruder hier gearbeitet hat. So ein bisschen rot, das peppt das so auf. Ach, das ist natürlich, wenn seine Familie ist, schon ganz schön heftig, ne? Ne. Fahre ich jetzt mal nicht. So bitte mit dir mal, ich möchte in der Folge die Pillen suchen. Riecht gut hin, oder? Aber ich brauch ja, glaub ich, erstmal einen Beweis, dass der hier gearbeitet hat, damit wir dann zum Schlüssel gehen. Also, es steht hundertprozentig fest, das ist der Truckstore seiner Eltern. Es wundert mich ein klein wenig, dass es... ...nicht sagt. Here we go. Watch your fingers in the drawers. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay, here we go. Do you have kids? No. You don't have a family? What do your parents do? My mom is a doctor, and my dad is an engineer. Those are good jobs. What's your job? I teach history and writing and things like that. Like, um, social studies? Yeah, like that. You didn't answer my question. Actually, it was me, kid. Alright, a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? I wouldn't blame them. Why? Did you fight? I fight with my mom sometimes. We didn't fight. We just didn't talk for a while. Look, my family's gone, and I just wish things would have been different. Yeah. I got into some trouble, and I didn't talk to them for a while. This used to be their store. But let's just keep that between you and me, okay? Okay. Because of the trouble? Yeah, that's right. Now, uh, let's get this done. Oh, me, kleine Clementine. Hm, müssen wir doch einmal. Hier ist doch ein Arztkasten. Gucke doch mal. Ja, lauf doch. Ach, hin. Ernsthaft jetzt mal. So, die, du. Da ist doch bestimmt ein Pflaster drin. Da ist doch schon ein bisschen drauf rum. Let's get this cut covered out. Yes, please. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? Oh, ich kann's schon nochmal sagen. Ich finde, das ist echt eine süße kleine Maus. Das ist schon kauenvoll, was so... Also, klar, das passiert hier immer. Und auch im Film und was weiß der Geier, ne? Ähm, aber ich finde das immer zehnmal stümmer, wenn Kinder betroffen sind, wie wenn Erwachsene betroffen sind. Ja, die Fernbedingung hatte ich doch eben schon. Leute. Keine Frage. Nur die Hude. Was ist das? Ah, vielleicht ist das unser Beweis. Ja. Aber ich war das immer drauf. Ach, nicht doch. Das hat aber schön rausgerissen sich. Find anything? Es ist ein Bild. Es ist ein Bild. Das ist ein Fasor an Athens, der ein Städter der Städte, der mit deinem Frau sitzt. Das ist deine Eltern. Die Leute in der Stadt wissen, dass der Vater sich ein Leben verletzt, aber ich bin ein Reporter für W.A.B.E. in Atlanta. Ich beobachte diese Trial. Vielleicht bist du ein Mörderer, aber ich weiß nicht. Frankly, das ist eine Fähne, die sich in Hand zu kommen. Hm. Hast du jemanden aus dem, wer du warst? Oder du warst mit diesem Ort? Nein. Nein. Ich habe einen Grunde genommen. Du bist ein guter Mann, und das letzte, was wir brauchen, ist ein Drama. Du hast diese kleine Mädchen, um mich zu beachten. Schau, nicht mich falsch an das. Ich habe nicht planiert. Gut. Weil wenn das länger dauert, als ein paar Tage, und du bist ein Städter der Gruppe, dann haben wir ein Problem. Ich verstehe. Ich werde es nur für mich. Danke. Ich habe keine Angst. Danke. Ich habe keine Angst. Also, angeblich zu dem Auflommer im Polizeiwagen gesessen, weil er angeblich den Mann getötet hat, der mit seiner Frau geschlafen hat. Ist ja auch nicht nett, ne? Muss man jetzt mal sagen. Das macht man nicht. Man schläft nicht mit anderen Leuten, die in einer Beziehung sind, oder wenn man selbst in einer Beziehung ist. Macht man nicht. Ich habe das Gefühl, wir sollten vielleicht erst mal mit Clementine reden, weil sie das sicherlich auch gehört hat. Ah, anscheinend nicht. Naja, dann ist er auch in Ordnung. So, wollen wir doch mal hier schauen. Pass auf. Ich sage jetzt, sie ist abgeschlossen. Achtung. Hm. Schon gruselig, ne? Ich kann hier die Zukunft sehen. Warte. 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 Ja. Also ich möchte jetzt Clementine nicht wirklich anlügen. Ich bin der Meinung, das bringt auch nicht allzu viel, wenn wir das tun. Außer, dass sie uns eventuell nicht vertraut. Dann lieber einmal ehrlich sein und sie ein wenig erschrecken damit. Aber ich denke, es ist besser so, als wenn sie uns nicht vertraut. Carly können wir ja auch. Hey there, this is Glenn, and I'm kind of in the gym here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie or whatever? This is Lee, what's up? So, I'm down at the motor inn and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. And you've got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. All right. All right. This is, the pilles are in the way head down to the top. Glenn has the time. It's been a while. netter, jetzt mal ehrlich, oder? Und ja, ob wir es schaffen, ähm, Glenn zu freien, helfen, retten, wie auch immer und immer noch die Pillen finden, seht ihr in der nächsten Folge, wenn ihr möchtet. Also, bis dahin, ciao!